Let's play. Ja, ich habe jetzt noch ein paar andere Projekte vor. Wir haben echt ganz viel vor. Und da werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich werde das Spiel weiterspielen. Ich habe vor, noch dieses Spiel zu streamen im PvP. Und muss viel, viel schneller vorankommen. Deswegen heißt es jetzt für mich erstmal letzte Folge. Beziehungsweise es werden bestimmt noch zwei Folgen. Wenn ihr die Überbleibsel der Schwarzhaft-Rebellion vernichten wollt, sagt Bescheid. Ich werde ein Portal zu einem sicheren Ort öffnen. Was macht der hier? Ich bin der Meister der Portale der Dämmerranken. Ich habe den Großteil meines Lebens damit verbracht, ihre magischen Feinheiten zu studieren. Ich habe meine eigene Art von Portal entwickelt. Eine Art, die man nicht verfolgen kann. Ohne meine Fachkenntnis wäre nichts hiervon möglich gewesen. Öffnet das Portal. Wenn ihr die Überbleibsel der Schwarzhaft-Rebellion vernichten wollt, sagt Bescheid. Ich werde ein Portal zu einem sicheren Ort öffnen. Naja gut, haben wir ja. Was ist dann wahrscheinlich das Portal? Ja, mein Husten ist immer noch nicht weg. Ja, ich glaube ich lade gerade falsch. Ich muss wieder zurück dann. Was soll es? Ich muss. Und ja. Ich habe auf jeden Fall andere Projekte vor. Für mich heißt es jetzt noch Grid Autosport Online. Dann werde ich spielen. Dann werde ich anfangen mit Dream. Und die ganze Sache nimmt dann überhand. Möchte ich natürlich nicht. Und ja, wir wollen euch natürlich immer mit genug Material unterhalten. Das ist ja ganz wichtig für uns. Wir haben eure Reisen durch Gratwald beobachtet. Und wir benötigen eure... Ja, ja. Tu nochmal. Los, komm lass mich rein. Gib mir einen Moment, dann öffne ich das... So, schnell jetzt. Geht durch das Portal. Jo. Na komm. Portal erscheine. Jetzt. Und ich bin ja ganz geil. Muss ich mal jetzt ganz ehrlich sein. Ist aber jetzt erst gekommen. Auf dieses PvP. Das macht echt mega viel Spaß. Es ist der, den wir erwartet haben. Ihr seid hier nicht in Gefahr, mein... Korberg ist dort, wo die Schwarzhaft-Rebellion begann. Mit eurer Hilfe wird Korberg auch der Ort sein, an dem es endet. Die dämmerankten Waldläufer brauchen euch, um die Schwarzhaft-Anführer aufzuspüren. Sie zu töten wird nur die Flammen der Rebellion entfachen. Sie müssen in Gewahrsam genommen werden. Warum soll ich das für euch tun? Nachdem General Endaree ihnen das Genick gebrochen hatte, waren wir es, die die Überbleibsel der Schwarzhaft-Rebellion ruhig gestellt haben. Jeder Rebell in Gratwald kennt unsere Gesichter. Aber eures kennen sie nicht. Eure Anonymität erlaubt es euch nahe an sie heranzukommen und ihre Anführer gefangen zu nehmen. Okay, das hier ist nur eine örtliche Rebellion. Warum sollte ich mich darin einmischen? Der Schwarzhaft hasst den König. Aber noch mehr hassen sie das Dominion. Wir wissen, dass sie etwas planen. In Anbetracht ihrer üblichen Methoden wird es laut und blutig. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Sache weiter schwert. Aber wenn wir ihre Anführer gefangen nehmen, dann endet die Rebellion. Über Nacht. Erzähl mal von den Anführern der Rebellion. Borinir ist stark wie ein Ochse und ebenso stur. Sein Bruder Lorchon scheint sogar noch mehr Augen in Gratwald zu haben als wir. Beide sind Söhne von Geltior, einem Verräter an unserem Volk. Dem Vetter von König Camoran Eradan. Für diesen Gefangenen wurde dieser Ort gebaut. Hat Geltior euch etwas über seine Söhne erzählt? Nichts, was wir nicht schon wüssten. Geltior ist der Vetter des Königs. Deshalb dürfen wir nicht zu härteren Mitteln greifen. Was wirklich bedauerlich ist. Wenn ihr ihn selbst befragen wollt, dann tut das, bevor ihr geht. Ihr werdet erst wieder hierher zurückkehren, wenn seine Söhne unter Kontrolle sind. Wie soll ich die Söhne von Geltior aufspüren? Trefft euch mit Baumtane Irdl, unserem Agenten in Korberg. Es hat Monate gedauert, aber sie hat mehrere Einheimische identifiziert, die mit dem Schwarzsaft in Verbindung stehen. Bei ihr könnt ihr anfangen. Ich werde sie in Korberg suchen. Sobald ihr aufgebrochen seid, wird Furi nur das Portal verschließen. Keiner darf wissen, dass wir Geltior an diesem Ort gefangen halten. Oder dass er noch am Leben ist. Okay, habe ich noch ein paar Fragen? Ich habe zwar den Großteil des letzten Jahres hier als Hüter der Anlage verbracht, aber ich werde all eure Fragen beantworten, so gut ich kann. Wo sind wir genau? Wir brauchten einen Ort, an dem niemand Geltior findet. Also haben wir eine abseitsgelegene Eiliiden-Ruine ausgegraben, dieses Gefängnis eingerichtet und dann den Eingang zum Einsturz gebracht. Der einzige Weg hinein oder heraus führt durch die Portale von Forinor. Um also eure Frage zu beantworten, wir sind nirgendwo. Warum haltet ihr Geltior hier gefangen? Wir haben den Bürgerkrieg nur knapp gewonnen. Wenn Königin Airen nicht auf unseren Hilferuf geantwortet hätte, säße heute Geltior auf dem Thron. Nachdem wir den Anführer des Schwarzafts gefangen genommen hatten, war uns klar, dass er auf keinen Fall wieder entkommen durfte. Also haben wir ihn hierher gebracht, in dieses Loch im Nirgendwo. Was habt ihr mit Geltior und seinen Söhnen vor? Wir werden sie hier festhalten, bis König Kamoran Eradan etwas anderes befiehlt. Wenn die Helden des Schwarzafts für immer verschwinden, haben ihre Anhänger niemanden, hinter dem sie sich sammeln könnten. Dann wird die Rebellion in Vergessenheit geraten und wir können alle mit unserem Leben weitermachen. Warum kann sich das Dominion nicht um diese Angelegenheit kümmern? Der König ist verantwortlich für sein eigenes Volk. Daher obliegt es den Soldaten des Königs, sich um örtliche Angelegenheiten zu kümmern. Doch nur für den Fall, dass der Schwarzaft auf irgendwelche Ideen kommt, wurden vor Korberg Lager des Dominions errichtet. Übungsmanöver nennen sie das. Gut. Hört ihr das, Geltior? Das sind die letzten Reste eurer Rebellion, die in sich zusammeln. So, dann... Sagt mir Bescheid und ich öffne ein Portal nach Korberg. Auf zu zaubern. Ich hab doch hier... Genau. Grüße. Seid ihr gekommen, um den wahren König der Waldelfen zu verhöhnen? Nur zu. Viel Spaß. Ich hab ein paar Fragen an euch. Kein... Antwortet mir, ihr verräterischer Hund. Ihr seid keiner der Mörder von Mero. Soviel ist klar. Stellt eure Fragen. Warum habt ihr die Schwarzaft-Rebellion begonnen? Seit seinem Aufstieg zum Thron hat der König versucht, unsere Lande zu erneuern. Und er zeigt damit nur, wie wenig ihm am Grünen Pakt liegt. Mein Volk braucht einen Anführer, der weiß, dass man die uralten Vereinbarungen nicht einfach so übergeht. Als Zweiter in der Thronfolge oblag diese Rolle mir. Wie wenig ihm an Grünen Pakt liegt? Was soll das heißen? Unsere uralte Vereinbarung mit Üffre hat dem Volk der Waldelfen Ruhm gebracht. Doch die dämmerranken Waldläufer des Königs sind von ihm ausgenommen. Ich habe selbst gesehen, wie sie Wurzeln aus der Erde essen. Widerlich. Als das Volk begann, nach Gerechtigkeit zu verlangen, hatte ich keine andere Wahl. Das klingt, als ob ihr wirklich unbedingt König werden wollt. Natürlich wollte ich das. Wie sonst hätte man den Grünen Pakt bestätigen können? Und die Hochelfen aus Gratwald fernhalten? Aber General Endare hat dem Schwarzsaft ein Ende bereitet, als sie uns bei Korberg abgeschlachtet hat. Ich fürchte, meine Söhne verstehen nicht, dass es vorbei ist. Deshalb hoffe ich auch, dass sie sie gefangen nehmt. General Endare hat das Dominion verraten. Ich bin es, der sie ihrer gerechten Strafe überantwortet hat. Die große Heldin des Dominions eine Verräterin? Und ihr habt sie aufgehalten? Wenn das wahr ist, sollten meine Söhne bereits davon wissen. Wenn ihr den Schwarzsaft überzeugen könnt, dass ihr die Schreckensherrschaft der Jade Schlechteren beendet habt, könnt ihr dicht genug an meine Söhne herankommen, um sie gefangen zu nehmen. Warum wollt ihr, dass ich eure Söhne gefangen nehme? Wenn die gesamte Macht des Dominions zum Einsatz kommt, um hier eine örtliche Rebellion wieder zu schlagen, wird mein Volk nur leiden. Ich würde lieber die Werkzeuge des Dominions gegen es selbst richten. Ein öffentliches Verfahren würde belegen, dass unsere Sache gerecht war. Doch nur, wenn meine Söhne noch am Leben sind. Was könnt ihr mir über eure Söhne erzählen? Wenn Lorchon erfährt, dass ich noch lebe, wird er friedlich mitkommen. Er ist pragmatisch und gehört nicht zur Sorte, die ihr Leben für eine verlorene Sache wegwirft. Bei Gorinir sieht das anders aus. Er ist zwar nicht von der Art, die einen auf der Stelle umbringt, aber sei trotzdem vorsichtig. Er ist wahrlich von großem Stolz. Gut, gut. Dann geht's jetzt ab hier, oder wie? So, ich verstanden. Hallo. Okay. Sag mir Bescheid an die Welt. Jetzt muss ich hier raus. Ja, und mein Husten plagt mich natürlich auch immer weiter und weiter, aber... Ich will ja jetzt weiterkommen hier auf jeden Fall. Ah, gut. So, dann zeig mir mal bitte, wo ich hier hin soll. Na? Na, da sieht's. Ähm... Gott, Walter. Was? Da war doch jetzt gerade nichts mehr da drin. Was soll das? Das ist doch nicht doof. Nervt einfach noch. Ach, genau. Okay, dann ist alles... Alles gut. Dann geht das sein Gang, natürlich. Was? Ja, das ist doch ein unglaublicher Gedanke, das hier mit vielen Gersetzentwürfer... Nun, wie ihr sicher alle bemerkt habt, ist der Eldenbaum von beeindruckender Höhe. Nicht minder beeindruckend ist, dass der Thron von König Camoran Eradan sich in den höchsten Windeln des Baumes befindet. Wie soll man denn dann dort hinaufkommen, um ihn zu... Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala... Gut. Den Quest bringen wir natürlich noch zu Ende zusammen. Genau, wo muss ich hin? Warum komme ich jetzt hier nicht rauf? Ach. Korberg entdeckt. Und wieder einem Level näher gekommen. Dem Level 28. Ich denke, ich muss hier rein. Oh, was ist denn das? Kann ich das nicht aktivieren? Ah, da denke ich, da habe ich schon einmal so einen Stein gefunden. Dann heißt es nein. Gibt es hier irgendwo drunter? Jetzt mal hier. Oder nach oben. Nach oben. Ähm. Na, Treppe. Auch wenn ihr glaubt, gesehen zu haben, dass er nachher eine Kartoffel gewinnt hat. Ohne Beweise kann ich nichts machen. Danke, Baumtane. Vor einem Jahr, und er wurde wegen seiner Lashenie tagelang bis zum Hals eingegraben. Genug. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Jetzt geht beide eurer Wege. Ich möchte nichts mehr davon hören. Ja, wie kann ich euch helfen? Ihr solltet gehen. Je mehr wir zusammen gesehen werden, umso weniger werden die Schwarzaft-Anhänger glauben, dass ihr zu ihnen gehört. Ja, reden wir nochmal mit dir. Es tut mir leid, dass ihr das miterleben musstet. Ich wusste, dass die Einwohner von Korberg wegen des Grünen Paktes begeistert sind. Aber manchmal suchen sie Ärger. Die Dämmeranken-Waldläufer meinten, ich sollte mit euch sprechen. Ja, Porinor sagte, dass ich euch dabei unterstützen soll, die Söhne von Geltior aufzuspüren. Wir fangen mit Lorchorn an, dem Meisterspion des Schwarzafts. Wenn wir ihn zuerst fangen, wird sein Bruder Gorinir ohne Augen sein. Und bevor ihr fragt, das ist eine alte Kriegsverletzung. Und was habt ihr für mich? Die Schwarzaft-Rebellion nahm hier ihren Anfang. Es wird euch nicht überraschen, dass die Bürger von Korberg die Überbleibsel der Rebellen mit Nahrung und Gold versorgen. Sie verwenden besondere Codewörter, um Treffen zu arrangieren. Wenn ihr diese Codewörter kennt, kommt ihr an die Überbleibsel der Rebellen heran. Wie lauten die Codewörter? Die Codewörter ändern sich jede Woche. Ganz sicher das Werk von Lorchorn. Zum Glück für euch habe ich die Drecksarbeit schon erledigt. Ihr findet die Codewörter für diese Woche in dem Tagebuch neben mir. Ich überlasse es euch herauszufinden, welche davon ihr benutzen solltet. Was geschieht, wenn ich das falsche Codewort verwende? Der Schwarzaft schützt seine Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich darüber freuen werden. Im Tagebuch findet ihr eine Liste bekannter Sympathisanten. Tretet an sie heran und verwendet die richtigen Codewörter, um ein Treffen mit Lorchorn zu arrangieren. Kommt zu mir, sobald ihr fertig seid. Dann zeig mal her. Alles müsste im Tagebuch vermerkt sein. Seid vorsichtig. Korberg ist voller Schwarzaft-Mitglieder. Okay, bekannte Schwarzaft-Sympathisanten. A-Til-Niv, hoher Baum, Mann von Nalyon. Nalyon, hoher Baum, Ehefrau von A-Til-Niv. No-Nor-Veras, verlässt nur selten ihr Haus. Gardel, sammelt edle Felle. Lirond, Stammgast im Gasthaus. Trinkt gerne ein Gala. Galriel, Dofrand ist gerne allein. Jeder der Sympathisanten sollte euch mit dem Rest in Kontakt bringen können. Nähert euch der Person und sprecht zuerst die Losung dieser Woche. Der Vali-Nesti-Glotzfrosch schwimmt nachts. Okay. Nachdem euer Gegenüber geantwortet hat, schaut euch das Wetter an. Es gibt folgende Möglichkeiten. Wolkenloser Himmel verschreckt die Glotzfrösche. Bei Regen kommen die Glotzfrösche raus aus ihrem Versteck. Bei Sonnenschein bleiben die Glotzfrösche in ihrer Höhle. Die Sympathisanten verbringen viel Zeit unter dem Gasthaus. Bei diesem veralten Schrein ist, äh, ja, Schrein. Ich habe gesehen, wie sie die Farben der Flammen verändert haben. Die Farbe verrät euch die letzte Antwort, die ihr braucht. Früher war es gelb, aber dann wurde es eifersüchtig auf seinen Nachbarn. Angeblich stahl er ihnen die rote Haut. Früher war er grün, aber dann brach er den grünen Pakt. Ifriss Zorn macht ihn rot. Früher war er blau, dann war er gezwungen, seine eigene Familie zu verbeißeln. Sein Körper ist gedrängt in ihrem Blut. Ich hoffe, ich habe das jetzt ja mit. Brach das dann unbedingt nochmal. Aber, schauen wir mal im Inventar, Gegenstände. Okay, hier steht es nochmal. Wir haben es. Dann nehmen wir es natürlich mit. Und da können wir es dann nochmal dort lesen vor Ort, weil das ist mir fast sicher, dass ich das wieder vergessen werde. Woher hin? Wohingen genau? Ja, soll ich jetzt was sagen? Der Schwarzsaft färbt heute die Flamme blau. Ein prächtiger Anblick, nicht wahr? Ja, das bedeutet, dass uns Gutes erwartet. Seid leise. Wir werden beobachtet. Okay. Jetzt gucken wir doch mal. Aha. Früher war er blauer, aber dann war er gezwungen, seine eigene Familie zu verspeisen. Sein Körper ist gedrängt in ihrem Blut. Ich muss das jetzt hier irgendwo anwenden. Hä? Wirklich rätselig. Hier alles. Rätselig und alles verzweigt. Ich verstehe es noch nicht. Ich schätze, ihr habt keinen Jager, oder? So lecker. Wenn ich könnte, würde ich ihn direkt vom Schwein trinken. Das ist seltsam. Ich habe schon eine ganze Weile keinen Glotzfrosch mehr hier gesehen. Wann soll ich das sagen? Ich schätze, ihr habt keinen Jager. Das ist seltsam. Das ist seltsam. Ich habe schon eine ganze Weile keinen Glotzfrosch mehr hier gesehen. Ähm. Früher war er blau, aber dann war er gezwungen, seine eigene Familie zu verspeisen. Sein Körper ist gedrängt in ihrem Blut. Ihr seid ein unbekanntes Gesicht. Was wollt ihr? Ich möchte mich gern mit Leuchern treffen. Geh zum Schlachtgrund. Er wird dort sein, sobald er bereit ist. Wir werden uns nicht widersprechen. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. So wahrscheinlich letzten Folge.